Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Runde Planes vs. Zombies Garden Warfare zusammen mit Shigoria, Nancy und Grans LP. Moin moin, hier wurde schon geschillit. Hier mal ein neues Update, jetzt ohne In-Game-Voice. Endlich. Und die Namen in 20-facher Frontgröße für jeden sichtbar. Wo ist Dalu-Card denn eigentlich? Damit jeder weiß, dass ich vorne in der Zone bin. Damit jeder gesehen hat, jetzt ist Dalu's Name weg. Er ist gestorben, alles klar. Das ist ein riesiger Name, ey. Wenn man vor, du spielst nur auf dem Server mit Freunden, ist alles voll. Da kannst du gar nicht mehr zocken. Ey, hier hat doch jemand das Ding ins nach mir geworfen. Gechillit hab ich dich. Was hast du da für ein Item, was Gefahrenzone heißt, ey? Die Danger Zone. Das bin ich nicht, das ist Darkie. Oh, da haben wir ein Baby-Freistoß gesetzt. Da ist Shugo, die hast du in der Zone, ich helf dir. Shugo! Ey, wer war's? Da oben ist einer. Die Defense steht. Was ist mit der Offense? Offense, das wird überbewertet. Man gewinnt einen Kampf in der Verteidigung. Aber nicht als Zombie. Dann lerne es. Der Kakti muss noch sterben. Oh, da haben sie es erobert. Yeah, so wie ich es gehört. Ach, du spielst den Football Star. Ja. Wo seid ihr Riesennamen hin? Ach, da vorne ist ein Riesennamen. Oh, ey, ey, wer ist denn einfach da? Da wurde ein Ultra-Tackling vollzogen. Ah, da stehen sie doch noch alle auf den Dächern, die Pflanzen. Die Solardächer. Oh, da hat er aber wen weggeschillit hier. Alter. Was ist er nicht? Ey, die blöden Pflanzen stehen immer noch bei uns an der ersten Zone, ne? Oh, da ist Chili. Ey, wer hat mich nur in Chili geschossen? Ups, das war ich. Sorry. Ich wollte nach hinten und werde nach vorne getüttet. Ist doch hier nicht auf der Titanic, ey. Das Fliegen ist aber nicht so stark von dem Zombie, oder? Ne. Mach das Fliegen direkt mit der Rakete. Also drück drei und dann zwei, dann kannst du die Rakete in der Luft feuern. Das ist das Geilste. Da campen die dann wieder. Denkst du, ich seh das nicht? Oh, ins Chili reingerannt, das war schlecht. Oh, oh, ich glaub ich kann dich nicht holen. Gut, tschüss. Was ist das für ein Charakter, den du da hast, Chigo? Ähm, einfach der Allstar, nur anders. Achso, mit einer anderen Maske. Einfach der Allstar, nur anders. Oho, das ist hier extra Spiders. Ich tappe mal hier. Mit 9 HP habe ich mich geil versteckt. Vorsicht, kacken. Ich komme. Ich bin jetzt ein drittigen Team. Oh, meine Granate hat eigentlich gesessen, aber irgendwie haben das trotzdem alle überlebt. Kommt ihr denn jetzt her? Hä? Schlimm. Los, rein in die Zone, Chigo, du verläufst dich hier die ganze Zeit. Verlauf nicht? Ich laufe aber gerade aus. Vorsicht, von rechts wirst du beschossen, Chigo. Oh, ist nicht spannend. Oh, da haben wir es rein. Ah, yeah, wird gefootballt. Hier, erstmal bin ich wiederbeleben. Nancy sitzt auch Zombie. Ja, ich bin ein Zombie. Da läuft sie über die, direkt den Winning Team Joiner gesehen, in dem der Name hier auf meinem Bildschirm groß angezeigt wird. Da ist sie, ich sehe sie. Geht's in Siegerteam. So, wie es sich gehört. Oh, wiederbeleben, bin ich mir. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wir haben sogar einen Teleport, man. Ich bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Teleport ist oben. Chigo, was hast du für ein schönes Dingens? Ich will das auch. Ich bin wunderschön, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich bin so schön. Ich bin der Iceman. Ich bin, glaube ich, so ein, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist so ein Eismann. Puh, ich weiß, der Iceman kann. Der Garbageman kann. Man, der Candyman. Der Garbageman kam sogar vor zwei Tagen erst. Echt? Ah, nein. Oh, das ist lustig. Oh, ja. Wow, Leute, was ist hier los? Ich muss weg. Grenz, rein in die Zone. Ja, ich stehe schon in der Zone. Ich mache die, ich mache in der Rutsche, mache ich die Defense. Oh, da wurde die Chili nach mir geworfen. In der Rutsche ist die Defense. Ich muss jemanden wiederbeleben. Komm da nicht rein, die schießen schon auf mich. Wir haben noch kein Tor, ne? Bist du down, Dalu? Ja, ja, ich war in der Rutsche gefangen. Oh, da stand ein kleines bisschen im Weg. Oh, shit. Was flog denn da? Spielen aber immer noch viele diesen Bärenwerfer mit dem dicken... Ja, ja, natürlich, ist ja gut. Ja, ist auch gut. Mein Kill. Dachte, der wurde mal ein bisschen verschwächt. Und gebufft. Mein Kill. Hinter dir, Shigo. Ja. Oh, renn doch, blödes Vieh. Jawoll. Der Schlappe ist hinter euch, ich habe ihn. Oh, ist nicht wahr. Ziel erobert, 1.000 Bode. Ich wäre rausgekickt. Wie, du wurdest rausgeschwinkt? Nein. Ich muss ja mal wiederbeleben. Ich bin ziemlich klar. Das Chili ist lecker. Ich bin schon wieder down. Sie sind gar nicht so lange weg. Ich bin aus von der Sohn. Räum ich gerade mal hier den Spielplatz auf. Ich muss den Schnapper püten. Nein, geh weg, du Schnapp, Schnapp. Ey, wie schnell sterbe ich denn? Kartoffelmühle. Richtig schlecht. Äh. Machen die denn da, Mensch? Los, Leute, wir müssen in den Garten. Ach, nee. Ich komme nicht durch den Baum durch. Ich bin zu fett. Mal wieder. Halt die Klappe, halt die Klappe. Hör ich nicht zu. Krieg ich wieder Ärger. Ja, nichts gesagt. Schnabber. Oh, shit. Auch noch so ein Gift-Schnapper. Das sind die schlimmsten. Ja, der Feuer-Schnapper, der ist auch krass. Oh, da wurden sie alle gesprengt. Von Buffy. In Bandert-Demon. Oh, mein Herz ist leer. Bing. Sieht aber gut aus. Wir stehen ja schon wieder vor der nächsten Zone. Ja, der Baby-Freistoß ist drin. Da kommt ein Schnapper auf dich. Oh, ist nicht wahr. Aber in der Zone. Die Defense steht hier. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Da kommt gleich ein Schnapper von rechts. Ein Schnapper ist down. Von rechts kommt aber, glaube ich, gleich noch. Auch noch viel. Läuft. Vorsicht, Chili liegt. Da liegt der Himmelsstürmer. Himmelsstürmer? Ich finde, nicht so guter. Shigo, der T-Poller ist nicht an. Ey, nicht die Rutsche hoch, denn das ist gefährlich. Total den Umweg gelaufen, ey. Ich wollte die Umgebung genießen. Shigo, du hast noch die 98, lass mal die 26 vor. Was? Rückennummer. Oh, oh, da kommt doch ein Schnapper. Wieso geht der denn auf mich? Weil Allstars vor mir und er geht auf mich. Da hat er die Gefahr gesehen. Oh, oben rechts hat der eine Allstar aber alles mitgenommen. Ich hab nur einen erwischt, ich hab nur einen erwischt. Ich hab nur drei gekillt. Ich bin lebbar, ich wurde verspeist. Verschleiß ist immer. Schmeckst du so gut? Ja, ich bin... Nee, die fressen alles. Komm schon wieder an Schnapper. Oh, schnell wegfliegen. Wenn wir uns jetzt beeilen können, wir in die nächste Zone einbauen, bevor jemand da ist. Ich bin in der Zone. In der nächsten Zone. Ja, wir müssen doch die erstmal noch kriegen. Nein. Ah stimmt, die haben wir jetzt ja schon. Oh, die Sonnenblume ey. Nice try. Ach, verdammt. Ich bin schon in der Zone. Boah, ich hab vier Leute oder fünf Leute da gekillt. Wollte? Der hat irgendwo in der Wand. Hier ist schon wieder so eine komische Wand. Was ist da drin? In der Wand. Wie viel halten die denn aus? Alles. Krass. Aber, 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 oh shit, chili. Oh, Buffy mit dem Bärenwerfer ey. Ach, kann, lass ich doch in Ruhe. Ich muss zurück nach Sunnydale gehen. Eieiei. Jetzt haben die aber auch viele Schnapper, ne? Ey, jetzt versuchen wir das mit dem One-Button-Bob. Ein Euro-Schnapper bei Kick im Angebot. Sind verzweifelt. Sie können nicht mehr ohne. Oh, dass mir die Schnapper nervt. Oh, da oben ist er. Ich nehme es eine andere Taktik. Oh, bist du jetzt schon am Spawn beschossen, oder was? Dolo. Wie halten diese blöden Viecher denn aus? Oh. Das war ich. Sorry. Entgesprengt. Oh. Na. Die hängt zwar noch nicht so. Das Haus ist aber wieder gut umkämpft, ey. Ja, wir brauchen mehr Action jetzt. Wir haben genug Action. Da oben ist schon einer. Action in die Zone. Ich werde sterben. Oh, ich bin tot. Da kommt das Baby. Wir hatten hier das Baby wieder getrunken, ey. Boah. Alter, ich war auch speist. Wir sind in der Zone, Leute. Ja, gut. Wir brauchen einen Teleprompter. So viel scheiß Schnapper. Das gibt es doch gar nicht. Ein Teleporter, nicht ein Teleprompter. Wir sind doch jetzt beim Problem. Das sage ich schon hundertmal. Das habe ich schon immer gesagt. Nein. Der Schnapper. Der Turbo-Schnapper. Kann zweimal schnappen, bevor er auftaucht. Macht die eine Pflanze denn da ganz rechts? Man weiß es nicht. Ach, die hat den Teleporter kaputt gemacht. Nein. Oh, hier wurde ein Piraten-Zombie. Ja, ja, die haben den Teleporter kaputt gemacht. Piraten-Zombie ist gut. Da ist ein Schnapper. Hi, Dalu. Bing. Meiner. Viele Leute in der Zone. Hier, schnapper, schnapper, rechts. Ja, der ist aber gerade unter. Er ist gerade undercover. In der Zone, in der Zone, in der Zone. Mal jetzt. Weiter. Sehr nice. Jetzt müssen wir es auch mal schaffen. Nein. Let's go. Das ist gechiliboned worden. Das ist auch gechiliboned worden. Mhm. Oh Gott. Ich bin in der Zone. In der 9. Gigo, da kommt ein Schnapper zu dir. Oh. Daneben. Oh, wo ist der? Der hat auch nichts mehr. Der hat auch 6er P. Er hat auch. Ich bin ge- Kartoffeln mint worden. Verdammte Scheiße. Entschuldigung. Das geht so nicht. Ich kann auch nicht vor allem Mist hängen. Ich bin Kartoffeln mint worden. Boah, wer hat denn hier die Schille nach mir geworfen? Gemein, ne? Oh nein. Die haut aber auch immer rein, die Schille. Die Schille ist das Gegenstück zum Wicht-Kick. Komm schon, zündel doch mal den Turbo-Boost. Komm doch einer mal in die Zone hier. Ich bin in der Zone. Komm mal. Siehst du nicht, dass Grand's LP schildet? Nee, ich kann es noch nicht so genau erkennen. Oh nein, da liegt doch eine Schille. Oh nein. Wurde er geschildet. Noch ein Schild. Aber der verrückte Wissenschaftler könnte es jetzt reißen. Wir haben schon. Weiter direkt zum Haus. Nein, der Teleporter ist jetzt in Hauptstadt weggegangen. Direkt ins Anwesen. Ja, erstmal müssen wir jetzt da wieder diese Maulwurf-Dinger da kaputt machen. Die Erdnussflips. Brauchst du nicht. Ja, ja. Du kommst doch so durch. Okay. Was ist das hier für eine Straßensperre? Was soll das denn? So, nicht, Freundchen. Okay. Das ist dead. So. Hilfe! Ich muss mich springen lassen. Hilfe. Okay, ich bin genau hinter dir. So. Was? Ich bin genau hinter dir. Ah! Nein! Mieses Stück, mieses Stück. Nicht mit mir! Stirrrrrrrrrr! Teleporter steht sogar schon. Ich habe von hinten auch auf den eingeschossen. Ich weiß nicht, ich bin gar nicht mehr in der Leben. Hat der überlebt? Eiskalt, ey. Mist, Vieh, ey. Aber der hat bestimmt nicht mehr viel HP gehabt. 12%. Ha, der wieder überlebt. Teleporter ging aber echt schnell hoch, war? Ja, ja. Das ist echt flott. Flott raus, Leute. So wie sich der Körper machen. Ganz einfach. Der erste Zombie drin, ey. Da ist er durch. Oh, die Rackete. Oh, der Giftpilz da. Der Giftpilz. Oben auf dem Dach stehen ein paar, ähm, zwei Erbsen rum. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt lauf doch, lauf. Nein! So kommt's am Ziel. Allein, allein. Allein, allein. Wir sind doch alle sowas von allein. Und? Jetzt! Wer ist mit dem Markt? Jetzt ist die Fliege an meinem Bein. Nein! Ich will rein! Lass mich! Oh nein, ich brenne! Drei Leute! Nur noch zwei! Oh Mann, ich hab's beinahe geschafft. Ich könnte es auch schaffen, wenn ich jetzt Glück hab. Und noch einer und Ende. Komm schon, ich hab's auch noch. Ich wollte auch noch rein. Ich bin im Screen. Ich bin im Screen. Oh, schade. Im Screen. Hallo! Ich bin, ey, ey, ich muss da hoch. Mach mal Platz. Juhu! Höh! 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 Ach, easy game. Da haben wir die Villa. Das war easy. Wunderbar, wunderbar. Und durchmarsch. Oh, 12.000. 10.000, 11.000. Also, ich würde sagen, der Pat ist zu Ende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschau, tschau.